Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bloons Tower Defense 6. Entschuldigt meine nasale Stimme, aber die Erkältung kickt noch rein. Ja, deswegen machen wir heute keine lange Runde. Ich muss ein bisschen, muss ein bisschen relaxen. Wir machen heute was chilliges, kleines. Aber was? Wir können mal hier reingehen. Wir machen leicht und wir machen Luft ab. Ich vergesse mal welche das war. Genau, die. Ich habe schon wieder doppelt Geld an. Lass das doch. Komm, geh raus. Es geht so nicht weiter, Digga. So. Aber das war hier. So, so und Luft ablassen. Mal gucken, was machen wir denn? Wir haben 20.200 zur Verfügung. Ob das so schlau war? Kann er das alleine? Ich glaube, das war nicht gut. Toll, jetzt bin ich gespannt. gespannt wie ein Flitzebogen. So, jetzt hören wir mal ein bisschen lauter, damit ich was auf die Ohren kriege. So, dann wollen wir mal schauen. Hört ihr eigentlich irgendwelche Störgeräusche, wenn ich das Mikro so hin und her mache? Ich bin nämlich am überlegen, ob ich hier mal ein bisschen was tausche und ich meine, ich mir einen neuen Arm kaufe und dafür den Arm hier als Kamerastativ benutze. Aber mal schauen. Leider hat Bayer Dynamic ja immer noch keinen Arm rausgebracht, diese Lümmels, ne? Weil alle, die was von Shure SM7B und sowas labern und, keine Ahnung, irgendwelche Sony-Kopfhörer, die haben noch keinen Bayer Dynamic gehabt, ey. Hammer. Besten Kopfhörer, die ich je hatte. Ja, man kann sich besser die Sachen kaufen mit einer vernünftigen Qualität, die nicht so verrückt teuer sind, ey. Hab mir jetzt auch das Loop-Deck geholt, anstatt ein Elgato-Stream-Deck. Und ich hab, also ich weiß es nicht, ich hab natürlich jetzt keinen Vergleich, aber Loop-Deck, das sind, wie viel hab ich? Lass uns mal durchrechnen. Durchrechnen. 3, 6, 12, 12 mal 7, 84 Knöpfe müssen das sein, ne? Ja, kommt wohl hin. Ist ganz witzig. Ja. Er macht das ja gut, ne? Also jetzt schon, warte, welche Runde bin ich angefangen? 30? Ja, ne? 18 Runden jetzt schon so geschafft. Der rockt weiter. Ich bin, ich bin beeindruckt. Ein bisschen. Sehr gut. Oh, ich muss gleich nur eine E-Mail schreiben. Darf ich nicht vergessen. Schön dran denken. Ich muss mal gucken, hab ich jetzt überhaupt die richtige, ja, die richtige Szene ist ausgewählt. Das läuft gut. Ich bin ganz ehrlich, ich bin überrascht. Hätte ich doppelt Geld, hätte ich sogar zwei davon machen können. Aber wir wollen ja mal nicht übertreiben, ne? Noch nicht. Oh, jetzt kommt's. Schafft er's? Alter. Easy. Easy. Ich bin begeistert. Geilo. So, und da ich keine Antwort bekommen habe, hier drauf, was ich hier als nächstes machen soll, muss ich mir selber mal was überlegen. Wir machen das anders. Ich hab einen Plan. Nee. Nö. 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 Auch nicht. Der erste kommt hier rein. Na, wie sieht's eigentlich aus mit neuen Helden? Den hab ich noch nicht, ne? Psy kommt dann als nächstes. Oder doch, Etienne? Puh. Schwierig. Ich glaub Psy mach ich als nächstes. So. Aber dann sag ich erstmal danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe dann in alter Frische, gesund und so weiter. Bis dahin, gehabt euch wohl und tschau tschau.